moin moin leudys und willkommen zu diesem neuen video genau ja eigentlich wollte ich das video schon früher hochladen und so als es noch 20 abos waren dann wollte ich es hochladen als 25 abos waren aber ich habe es jeweils nicht geschafft und deswegen gibt es das ganze jetzt als ab spezial für 30 abos und somit vielen vielen dank für 30 abos ja es ist leicht als noch eher kleiner youtuber eben hochzukommen und dafür bedanke ich mich bei euch für eure unterstützung und jetzt zurück ins video abos und ja wir müssen mussten den anfang jetzt leider noch mal neu drehen ja weil beim ersten dreh vom anfang hier stumm geschaltet waren und wir es zu spät gemerkt haben genau deswegen wird auch die erste challenge die nonstop challenge ohne ton sein denn zu jedem aber spezial das wird auch in zukunft zu sein da einer von euch ein oder zwei von euch dürfen dabei sein und ja wir machen irgendwas gemeinsam und heute machen wir halt eine nonstop challenge und später werden wir wahrscheinlich auch noch in champion reiten und ja heute ist die leila dabei genau und ja ich würde mal sagen dann seht ihr jetzt die nonstop challenge ich habe quasi als gedächt aus dem gedächtnisprotokoll einfach mal das was wir gesagt haben ungefähr dann als einblendung als text reingetan weil ich in meinem aufnahmeprogramm noch immer nicht gecheckt habe wie man sachen einspricht schlau ok naja mein aufnahmeprogramm soll jetzt nicht thema dieses videos werden ich würde sagen schaut euch einfach diese challenge an oder die beiden channel sind sie eigentlich und dann werden wir sehen wer gewonnen hat vermutlich gibt es auch noch eine strafe und ja dann viel spaß das Bis zum nächsten Mal. 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 Genau. Genau. Und dann würden wir sagen. Tschau, 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 tschau.